Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute ist wieder eine Runde Shakes & Fidget. Ja, und es gibt wieder brandneue Neuigkeiten in der Welt von SF-Game und ihr könnt es im Hintergrund schon erhaschen. Shakes & Fidget bringt einen neuen Server raus, das ist aber auch nicht das einzige. Es ist jetzt der S39-Server, der jetzt bald kommen wird und zwar wird er erscheinen diesen Freitag. Und zwar ist das der Freitag, das ist der 1. März, da kommt der neue Server raus. Und mit dem neuen Server kommt auch eine neue Klasse raus. Ja, der Berserker wird es sein, der Berserker ist die 6. Klasse, die jetzt in Shakes & Fidget erscheinen wird. Es wird wahrscheinlich, soweit es bekannt ist, eine Kriegerklasse sein, weil sein Hauptattribut wahrscheinlich, oder sein Hauptattribut wird Stärke sein. Dadurch wird er höchstwahrscheinlich auch Krieger-Equipment bekommen, was anderes würde mich jetzt verwundern an der Stelle. Der Berserker ist es und die einzige Information, die wir jetzt erstmal soweit haben, erstmal Dankeschön an Unge und Terra, denn es ist nämlich noch nichts weiter dazu bekannt. Es ist nichts irgendwie in irgendeinem Forum geschrieben, es ist nichts auf deren Instagram-Seite verlinkt oder irgendwas drauf aufmerksam gemacht worden. Es ist nichts auf Facebook, nichts auf Twitter. Also ihr erfahrt die Infos zuerst bei uns hier, was auch ganz cool ist. Das heißt nicht nur bei mir, sondern auch bei Terra. Der hatte vor mir schon ein Video dazu gemacht, da er mit Unge vorhin gelivestreamt hat und da wurde es alles bekannt gegeben per Stream quasi. Und das bisher jetzt nur, soweit ich weiß, in Deutschland, weil das auch ein deutscher Server ist, wo die Klasse drauf stattfinden wird. Aber natürlich wird die neue Klasse auch weltweit danach released werden. Wie gesagt, er startet am Freitag der Server. Der Berserker, so viel wir wissen, wird es eine Art Krieger sein, Hauptattribut Stärke. Und die Besonderheit beim Krieger ist, oder bei diesem Berserker ist, dass er mehrmals hintereinander angreifen kann. Also so ähnlich wie der Assassine, nur dass er halt mehr Schaden austeilt halt, als die Hälfte Schadens beim Assassinen. Und ja, das kann wohl bis zu einer bestimmten Zahl hochgehen. Da wissen wir jetzt noch nichts genaueres. Der Berserker kann mehrmals hintereinander angreifen, zwei, drei, vier, fünfmal eventuell. Man weiß nicht, wie weit sich das hochstackt, wonach das gerechnet wird, wissen wir bisher auch noch nicht. Ob das prozentual weniger pro Angriff wird, keine Ahnung. Oder ob das einfach nur Glückssache ist. Wir wissen darüber jetzt erstmal noch nichts. Das ist aber seine Fähigkeit. Die Fähigkeit heißt Rage. Und ja, das ist die Besonderheit der neuen Klasse. Wir haben auch noch ein Bild dazu. So sieht das Ganze hier aus. So sieht der Berserker aus. Hier mit Augenklappe, mit einem Smiley drauf, sehr cool. Ja, also grinst der Smiley, aber er selbst guckt sehr, sehr grimmig. Ja, und so sieht die neue Klasse aus. Hier, der Berserker, das wird es sein. Das ist aber auch noch nicht alles. Denn obendrauf auf der Kirschtorte oder auf der Sahnetorte, obendrauf noch die Kirsche, ist das auch noch das langersehnte Update kommt mit den Gildenpads. Ja, ob das jetzt direkt mit dem Serverstart von S39 einhergeht oder ob das eventuell schon davor kommt, bevor der Server aktualisiert oder gestartet wird oder erst danach, kann auch noch keiner genau sagen. Bisher tendierend dazu, Terras Aussage, dass es eventuell sein kann, dass das Gildenpads schon davor kommt, aber er nicht hundertprozentig sicher ist. Könnte auch zum Serverstart kommen, könnte aber auch vielleicht erst danach kommen. Und da haben wir auch ein exklusives Bild am Start. Danke nochmal, Grüße an Terra, der mir das zukommen lassen hat. So sieht das Gildenpad bisher aus. Das ist das einzige Bild, was wir jetzt vom Gildenpad hier haben. Ja, so eine Art mehrköpfige Hydra-Drache, sowas irgendwie. Und wie das Gildenpad genau funktioniert, das weiß bisher noch keiner. Ich persönlich gehe davon aus, dass das Gildenpad wahrscheinlich nicht so wie das Gildenportal, dass man dagegen kämpfen muss, sondern quasi, dass man das Gildenpad wie die normalen Pads auch füttern muss, damit es stärker wird von der ganzen Gilde. Und das Gildenpad kämpft denn an der Seite von der Gilde gegen andere Gilden und deren Pads. Ja, das ist meine Theorie. Ob das nachher schlussendlich so sein wird, kann ich euch nicht hundertprozentig versprechen. Das ist jetzt erstmal meine Theorie, die mir so im Kopf umher schwirrt. So sieht erstmal das Gildenpad aus. Das ist das erste Foto, was wir haben vom Gildenpad. Auch da bisher nichts weiter in den Foren bekannt oder auf diversen Seiten, wo Playa Games oder Shakespeare vertreten ist. Es ist bisher nur bekannt durch Unge seinen Stream und halt durch Terra sein anschließendes Video auf dem Stream. Ja, dann könnt ihr hier noch abstimmen hier für Unge sein Profilbild. Das habe ich euch alles unten in der Beschreibung verlinkt, genauso auch wie den Server hier, damit ihr da auch direkt am Start seid, wenn das Ganze losgeht. Ich werde an den Tag höchstwahrscheinlich auch streamen. Ich komme da aus der Nachtschicht, aber ich denke mal, das kriege ich hin, bis um 16 Uhr wieder am Start zu sein. Und werde mir natürlich auch die neue Klasse anschauen. Hier könnt ihr dafür stimmen, wie Unge sein Profilbild aussehen wird. Er wird natürlich auch den Berserker spielen, genauso wie Terra, die eine eigene Gilde, nochmal ein bisschen, damit ihr da auch nochmal informiert seid, die werden eine eigene Gilde aufmachen auf dem Server, wo only Berserker am Start sind. Und da könnt ihr auch mit rein, wenn ihr Powerpilzer seid. Die wollen da richtig durchdrehen auf dem Server, die wollen da auf Platz Nummer 1 stehen und nichts anderes. Und da sind 300 ALO auf jeden Fall Pflicht und da muss wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld denn als Vorwarnung in die Hand genommen werden. Ein bisschen mehr Geld muss in die Hand genommen werden, wird, wird, keine Ahnung, Alter. Sprachenlernen-Bubble. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr dazu in der Lage seid, könnt ihr da gerne euch melden bei Terra auf dem Discord. Ich denke mal, da weiß jeder Bescheid, wie es da hingeht. Und ja, ansonsten könnt ihr euch noch für nähere Infos dazu hier auch unter Paul seinem Video melden oder eine Bewerbung hier in den Kommentaren abgeben, wenn ihr das gerne möchtet. Ja, das sind die neuen Infos. Wie gesagt, absolut krass. Ich bin gespannt, wie die Klasse wird. Es sind ja viele mit geteilter Meinung zu der neuen Klasse, die einen sagen, es ist nervig, so viele neue Klassen, die anderen sagen, es ist cool. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, lasst mich wissen. Und ja, das sind so die exklusiven Sachen, die ich für euch parat habe. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an Terra, der mir das alles zukommen lassen hat. Und ja, ich bin dafür raus. Wir sehen uns wahrscheinlich am Freitag wieder, wenn nicht wahrscheinlich sogar schon vorher. Bis dann, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein und bis zum nächsten Mal.